Wer ist nackt in der Nacht da, wenn ihr Hilfe braucht? Kommt auch zu euer Haus und schmeißt auch Verbrecher raus! Und es ist nicht Santa Claus, genau, der schwule weiße Ritter! Es gibt einen Grund, warum ich dich gerufen war! Ich weiß schon, worum es geht, ich soll mehr Verbrecher fahren! Nein, das ist ja das Problem! Unser ganzes Gefängnis ist voll! Ich wollte mit ihnen über ihre ungewöhnlich hohe Anzahl von Gefangenen reden! Naja, was soll ich denn da zu sagen? Die ganzen Straßen sind von Verbrechern verpestet! Oh, okay, guck mal! Hier sind ein paar von Eingefangenen! Fällt dir irgendwas auf, was wir alle gemeinsam haben? Ja, das sind alles Verbrecher! Das kann ich in ihren Augen sehen! Oh, wie kannst du das denn in ihren Augen sehen? Oh, ich wurde damit geboren! Ich nenne es die weiße Sicht! Ich kann damit direkt Verbrecher sehen! Verbrecher sind für mich wie die schwarze Pest! Vor allem die da! Das ist ein Basketball-Team! Der einzige Saal, in dem die da gehören, ist der Gerichtssaal! Oh, guck mal! Schwuli, du kannst nicht gehen und dann... Verbrecher fangen! Nein! Dadurch sehen wir schlecht aus! Hä? Warum das denn? Du kannst nicht! Jetzt verstehe ich gar nichts! Hört zu schwuli! Wenn du was sagen willst, dann sag's jetzt! Spuck's aus! Ich versuch's ja! Wieso bist du so sauer? Weil wir die schwarzen Leute einsperren wollen! Du lässt nie welche für uns übrig! Was hilft, das in den Hal fishing zu sehen! Na, na, na! Wild Power!